Ich finde das wirkt irgendwie immer zu sehr, naja, haben wir noch nicht frei, ah ne, haben wir schon frei, können wir es doch nicht leisten. Oh, das sieht schon geil aus, ey, was, wie teuer die Sachen hier dabei sind, ne, guck mal hier 45.000, so ein bisschen Aufkleber. Tribals könnte man drauf machen, ne, Flaggen nicht, dann nehmen wir vielleicht mal Rennoptik, ein bisschen Rennstyle kann nicht schaden. Was nehmen wir denn mal?